Und an der Diskothek, du weißt es für mich, ich habe ja nicht eine Bibliothek. Wenn wir an der Diskothek zuerst gehen, dann gehen wir eben an der Bibliothek. Habt ihr einen Tag? Ich komme gerne hin, um meine Lieder zu schaffen. Und ich gebe mich hier von den ganz großen Shakespeare-Dicks und so. Das ist Inspiration pure und auch gut für die Bescheidenheit, weil es soll immer bescheiden bleiben. Auch wenn irgendwie dein Papi das ganze Syrien in ihr gepackt wird. Aber da Geschichten erzählen, das ist das Wichtigste. Die nächste Zähne wird dir auf den Berg, Karl. Er ist die größte Geschichtenerzähler von der Welt. Dem Alphabet nur, von A bis Z. Ein A wie... Aldous Huxley. Den hatte ich eine Premiere. 1984. Ich meine, du siehst mal, wie du kommst. Big Brother is watching you. Ich suche Big... Ich vergesse. K-Pop, whatever. Hi. Time with the check-in. 1984 von George Orwell als Audiobook. Ist das gut schlecht? Ja. Ja. Okay. George Orwell, ja. So ist es hier. Das geht her. Im zot hang. Neues가지고. Ich helfe. Das geht her.